Der von Augustus proklamierte Kaiserfriede, dessen Denkmal die schöne Arapazis zu Rom ist, war jedoch nur Ideologie, jedenfalls was die äußeren Angelegenheiten betraf. Das Kaiserreich führte, solange es bestand, einen Zweifrontenkrieg, im Osten gegen die partischen und persischen Reiche, im Norden gegen die Germanen, abgesehen von zeitlich und räumlich begrenzten Bedrohungen durch die Illyra, Daka und so weiter. Zwar waren die Germanen durch Cäsars Siege beruhigt und hinter den Rhein zurückgedrängt, sie blieben jedoch eine Gefahr. Es war als Schäume eine nur mühsam zurückgehaltene Brandung östlich des Rheins und nördlich der Alpen auf und könne jederzeit wieder ins Reichsinnere lecken. So beschloss Augustus, die Reichsgrenzen bis zur Donau und zur Elbe vorzuschieben. Das erste gelang durch die Feldzüge seiner Stiefsöhne Drusus und Tiberius. Besonders der begabte Drusus tat sich hervor. Er marschierte mit seinen Legionen Etch und Eishak aufwärts, besiegte und unterwarf die Rhaeter, worauf die Provinz Rhaetia errichtet wurde, deren für Jahrhunderte einigermaßen sichere Nordgrenze tatsächlich, wie vorgesehen, die Donau wurde. Dem Drusus wurde 15 v. Chr. in der Tropea Augusti ein Denkmal gesetzt und ungefähr 1900 und einige Jahre später ein weiteres Denkmal, das heute noch Bozen verunziert. Das faschistische Siegesmahl an der Talverbrücke, auf das Mussolini den überheblichen Spruch »Hic patriae fines siste signa, hinc ceteros ex coluimus lingua legibus artibus« anbringen ließ. Der Spruch hätte seine Berechtigung, wenn Mussolinis Italiener Römer gewesen wären, waren sie aber nicht. So wenig wie die heutigen Griechen Hellenen, die heutigen Franzosen Gallier und die heutigen Deutschen Germanen sind. Es dürfte eines der Grundübel in der Beziehung der Völker untereinander sein, dass sie hauptsächlich ererbte Feindschaften und bloß ererbte Verdienste mit sich schleppen.